Vistrita Pada Urdhva Namaskarasana ist der Seitspagat im Stehen mit erhobenen Händen. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Stehhaltung. Von hier gibt die Beine auseinander. Zunächst einmal so weit wie angenehm. Ein paar Sekunden warten und du kannst auch die Hände auf den Boden geben, um so weit nach unten zu kommen, wie du kannst. Idealerweise sitzt du dann auf dem Gesäß und dann gibst du die Handflächen zusammen und nach oben. Du kannst aber auch nach oben schauen und im Brustkorb weit werden. Vistrita Pada heißt Grätschstellung. Urdhva Namaskara heißt die Handflächen zusammen und zwar nach oben. Namaskara ist immer die Handflächen zusammen. Urdhva Namaskara die Handflächen nach oben. Diese Stellung ist eine nicht so einfache Stellung. Es braucht viel Übung. Sie entwickelt die Hüftflexibilität. Du bist jetzt mit den Beinen sehr gut auf dem Boden und ansonsten bist du nach oben geöffnet. Die Stellung ist auch wie eine Art Kreuz. Die Waagrechte wird verbunden mit der Senkrechten. Die Stellung ist auch eine der vielen Stellungen, die als Lingasana bezeichnet werden. Also die Stellung von Shivalinga, der auch eine Verbindung ist, der Waagrechten mit der Senkrechten. Und hier ist es noch eine der body. Ich habe das für die Stellung von Shivalinga been- Und hier ist auch eine der größten Schmerzen. Vielen Dank.